Was ist der Weg aus dieser Krise? Der Weg aus der Krise ist die Überwindung der Angst. Menschen, die selbst denken, kreativ sind, Verantwortung für sich übernehmen, an ihrer Heilung arbeiten und auch an der Heilung der Welt. Menschen, die vernetzt sind, die Freunde haben und sich engagieren, die werden nicht so schnell krank. Und wenn sie krank werden, dann setzen sie sich mit ihrer Sterblichkeit und dem Tod auseinander, erkennen ihre Endlichkeit auf dieser Welt an und machen ihren Frieden damit. Solche Menschen, die kann man nicht so leicht in Angst versetzen. Und über die hat man keine Macht. Dieser Körper hier, der ist nur geliehen. Irgendwann gebe ich ihn wieder zurück. Aber solange ich lebe in diesem Körper, fühle, denke und handle, solange ist es mein Körper, für den ich verantwortlich bin und niemand anders. Und den ich so behandeln möchte, möchte ich das für richtig werden. Ich wünsche mir gar keine Rückkehr in die alte Normalität. In die alte Normalität. Ich wünsche mir eine neue Normalität. Ich wünsche mir, dass Sie sagen, selbst bestimmte Menschen die Verantwortung für sich übernehmen. Ich glaube, viele von euch sind hier, weil sie sich etwas Ähnliches wünschen. Das gibt mir Hoffnung. Und ich danke euch. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.